Es sind auch unsere Geheimdienste in Deutschland, in Frankreich, in Schweden, in Europa, überall, die sich an diesem Scheiß beteiligen. Wir wollen Edward Snowden hier in der Bundesrepublik Deutschland haben. Ganz besser. Hört auf mit der Überwachung. Wir wollen unsere Freiheit leben und wir wollen in einer freien Gesellschaft sein. Liebe Internetnutzende, liebe Telefonierenden, liebe Telefaxverlustenden, liebe Flugreisenden, liebe Leute mit Pässen, Personalausweisen, Führerscheinern, Bustickets, Krankenkassenkarten, Bank- und Kreditkarten, liebe Überwachsende. Wir wollen nicht, dass Menschen ihre Verhaltung verändern, weil ihnen ständig 24 Stunden jemand über die Schulter schaut. Stop watching us. Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Stop watching us. Wir wollen, dass Edward Snowden Schutz und Asyl in Deutschland gewährt wird. Stop watching us. Wir sind hier. Wir sind laut. Freimann und Sieg sei einsam. Die, die uns überwachen, sind keine dunklen Unterdrücker. Die, die uns überwachen, sind unsere eigene, selbst geschadene Sicherheitsorgane. Die Handgienste sind unsere Angestellten. Sie agieren in unserem Auftrag. Wir sind die Gesellschaft. Wir finieren die Regeln, nach denen sie für uns arbeiten. Vorratsdatenspeicherung gehört in die Geschichtsbücher. Das ist ja auch Einsteller. Das ist ja auch ein Kontakt. Das ist ja auch ein Kontakt. Das ist richtig. Das ist das, was ich bin. Das ist richtig. Bis zum nächsten Mal.